ich will das nicht will das ganz gut gar nicht aber wir sind wieder bei welcome to the game weil ich ja gebeten wurde es noch mal zu spielen ich habe immer noch keine ahnung wie das spiel funktioniert ich habe mal ein bisschen rumgefragt keiner hat eine ahnung wie dieses spiel funktioniert Irgendwie müssen wir den Red Room finden und es darf durch diese komischen Seiten klicken Das ist so ein Ding, das ist immer random Hummel Musik Vielen Dank. Komm schon. Ich rühre mich hier einfach durch. Ich rühre mich hier. 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 Okay. Okay. Ich rühre mich hier. 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 Hallo? Ich rühre mich hier. 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 Vielleicht rühre mich. Ich rühre mich hier. Könnte mich Jesus, Traptor Jesus, Onion Cream Jesus dir geben, bitte? Ich höchere dir. Ich höre dir. Ich gehe so kaputt, ich gehe so kaputt, ich gehe so kaputt, ich gehe so kaputt. Das sind andere Seiten als das letzte Mal. Ich erinnere mich nämlich nicht an Parasite, Pay to Rape oder Scream Bitch. Ich gehe so kaputt, ich gehe so kaputt. 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 Wieder etwas, was nicht funktioniert. Ne, das ist doch lästig. Tango down? Ui, Ui, Ui. Niedlich. Kann ich sie auch benutzen, mich zu beschützen? Ich glaube, über diesen Easy-Pack... Ich hasse es so sehr, ich hasse es. Ich glaube, über diesen Easy-Pay-Buddy, wenn der mal funktioniert... Wir haben was gehört. Es macht mich paranoider, als es mich machen sollte. Ich hasse es, dass ich mit so was von der Festplatte fliege. Ich bin lebt. 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 mit mir. Diese Jumpscare Effekte in diesem Spiel, die machen mich nochmal fertig, ich gehe noch am Stock. Hm. Ähm, ja, ich habe keine Ahnung worum es da geht. Parasel, Hackers Best Friend, Patch the Patch, äh, 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 ja, ich weiß natürlich genau worum es soweit geht. Moron Patches, Chargates Passwort, bla bla, identities are us. I need holidays. These are all rides. Könnt ihr das nicht mal lassen? Das macht wenigstens noch Spaß. Es ist das einzige Freundin an diesem Spiel. Mr. Wilson of Idaho Force. Hat irgendwas gehört? Irgendwas war hier. We are not alone. Ich bekomme noch Paranoia, ich lasse euch. Ich bekomme in diesem Spiel noch richtige Paranoia. Angstzustände, Schlaflosigkeit, Verstopfung. Alles wegen euch. Das ist die durchgehende Nacht. Das macht die Sache auch nicht wirklich besser. Mal sehen, können wir jetzt ein paar andere öffnen. Nein. Nein. Jeep Six. Nehmen wir Zigaretten, können wir kaufen. Diese PayBuddy? Ja, ja. Ich hasse Cloud Grid. Hier ist nicht. Also ich weiß nicht, wo wir noch klicken sollen. Das ist halt so ein richtiges Rätsel-Endlos-Spiel. Kann ich gar nicht. Vor allem mit dem Horrorfaktor. Der Kollege, der mir das hier empfohlen hat, hat mir auch noch ein anderes empfohlen, was ich definitiv nicht zacken werde. Nein, ich werde auch das hier kein drittes Mal spielen. Ich fühle einfach, dass mir das nicht gut tut. Ich habe Paranoia. Ich weiß auch nicht genau, sind die Geräusche, die ich manchmal höre, in meiner Wohnung? Oder Hallo? Nude-Tubers. One-Time-Fee of 50 Dollar. Oder Bitcoins. What's so macho boy? Oh, sind die schlecht gephotoshoppt. Rasbowski Ja Hotstream webcam footage together Much more Backelt da auf mich sehen. Fütet euch. Aha Hmm Lecker Versuchen wir doch hier mal Order at B4A108 F7499 21A5E070412414 B7 8 Dot N Nein Wiedermal 2 2 2 2 3 2 3 2 4 4 4 5 5 10 10 12 11 12 12 Vielen Dank.